Willkommen zum 193. Let's Play Minecraft Pocket Edition und diesmal mit Miss Alex Day! Hi Leute! Ja! Und es wird gerade Nacht! Ja, ich kann schon wieder schlafen gehen. Oh yeah. Im Feinhotel oder so. Ja. Ich hab irgendwas gehört. Wie bewegst du dich? Oh nein. Scheiße, ich bin jetzt schon wieder disconnected, oder? Noch jetzt. Scheiße! Ja, die App ist irgendwie ein bisschen doof. Was, das ist jetzt wahrscheinlich wegen nem Update, oder? Ich weiß nicht, vielleicht das, wo ich mit Kiki vorher aufnehmen wollte... Davor ging bei mir alles super! Vielleicht hängt das irgendwie mit Display Recorder zusammen. Weil das ist immer nur beim Aufnehmen. Irgendwie. Bei mir zumindest. Irgendwie. Ja, stimmt. Ist irgendwie komisch, egal. Äh, jetzt hab ich gerade auf die Uhr geguckt. Ähm. Ähm. Ja, fast schon. So. Äh, jetzt muss ich das ja alles alleine machen. Ich glaube... Ja, hast du irgendein Thema? Ähh. Nein, nicht wirklich. Du? Ne. Super. Ähh. Höchstens Update, aber das Update kommt ja eh bald... Ja. Darüber hab ich ja schonmal besprochen. Ist langweilig. Aber... Keine Ahnung. Ich bin überhaupt nicht mehr up to date, weil ich kein WLAN mehr hab unter der Woche. Wieso bist du und warum? Ja wegen meinen Eltern, weil die sagen, ich muss mehr für die Schule tun. Ja, aber du kannst ja den iPod immer noch benutzen, oder? Jaja, klar, aber ich hab kein WLAN. Naja, kannst dir die ganze Zeit meinen Kopf haben. Zum Beispiel, das geht ja trotzdem. Genau. Ja? Ja? Ähm... So, dann darf ich mal ein bisschen in deiner Welt trocken, obwohl ich hier disconnected bin. Ach so, stimmt ja, du bist ja. Ja. Nein, du hast meine Welt. Hab ich nett, ich bin noch drauf sozusagen, aber... Ja, aber wenn du die jetzt kopierst, dann ist die Hälfte weg. So ein scheiß Bug. Okay. 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 Ähm... Welche Form soll ich zuerst bauen? Na, 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 na. Ja. Welche was sollst du was bauen? Welche Form? Farm. Achso, Form. Farm. 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 Ja, ich bin ein bisschen schwerhörig. Ja, merk ich. Vor allem wegen dem Echo. Ja, das ist ein bisschen doof. Ja. Über Skype halt. Skype ist schlecht. Ja, so ist Skype. Okay. Ähm... 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 Getreide. Wo ist Getreide? Samen. Samen. 40. 40 Samen. Ja, ja. So... Ne. Was? Ähm... Weißt du, wie weit Wasser fließt? Wie viele Blöcke? Acht Blöcke. Acht Blöcke. Und dann hört's auf? Ja. Also müsste ich sieben Blöcke, damit es dann eins runter fließt? So ist klar. Ja, genau. Okay. Ab der Wasserquelle acht Blöcke. Ja. Hm. Ähm... Mal gucken, wie das hier erklärt wird. Ähm... Und wie viele Felder? Von der Höhe her? Also... Stufenweise, was würdest du da machen? Wie viele Felder? So. Verstehst du? Ich glaub drei, oder? Ach so. Ähm... Ich weiß nicht. Vielleicht drei oder vier, wenn's so groß werden soll halt? Ja, also... Ich weiß mal, ob das hierhin passt. Ähm... Also... Das... Dann ist hier Wasser drinne. Da das. Und dann... So müsste eigentlich gehen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei... Ähm... Vier, fünf, sechs, sieben. So. Du kannst zählen? Ja, ich kann zählen. Oh cool. Kannst du bestimmt nicht. Nee, kann ich auch nicht. So. Ähm... Geht das so? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Ich weiß es nicht. Sky brauscht. Ich weiß, ob man das dann im Video hat. Ja, das liegt an deinem Handy. Ja, immer an meinem Zeug. Aber es ist doch so. Ich... Es gab schließlich mit dem PC. Ja, dann liegt es an deinem Headset. Mhm. Nein, mein Headset ist voll toll. Ja, ja. Toll. Ja, das ist voll cool. Also, hier ist Kohle. Ich hab Kohle gefunden. Kohle, Kohle, Kohle. Bei mir ist dein Server auch offline. Ja, das ist auch irgendwie so ein Bug. Also, er ist eigentlich online im Hintergrund. Ich mach das jetzt aber nicht. Nein, er ist offline. Nein, er ist online. Er ist offline. Nein, online. Doch. Doch. Das liegt an deinem komischen neuen iPod. Nein, das liegt nicht an meinem iPod. Doch. Bei meinem... Seit ich den iPod habe, läuft alles viel, 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 viel besser. Ja, aber es ist doch ein Multiplayer. Ah, das war ja vorher auch schon so. Ähm... Mal gucken, ob das Wasser jetzt hier runterläuft. Achso, wie breit? Vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Und dann wird das alles bewässert. Ah, Spinnen. Ich bin ein Creeper. Eins, zwei, drei, vier. Bist du immer noch in der Welt? Ja. Und wo? Äh, weiß ich nicht. Irgendwo. Ich bin ja ein bisschen am rumlaufen. Äh, abholen. Nein, ich hoffe, es ist gleich kaputt. Boah, der macht dir ne neue. Nein. Nein. Wieso nicht? Ja doch. Ähm, 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 Questing Table. Und dann... Da hinten. Tief mal. Tief mal. Ich brauche... Ich brauche jetzt ein Thema. Ich brauche jetzt ein Thema. Ein Thema. Sag ein Thema. Thema. Creeper sind blöd. Nee, die sind niedlich. Nein, die sind blöd. Die sprengen immer alles weg. Aber ich finde irgendwie bei der PC-Version sind die alle viel aggressiver. Ja, das stimmt schon. Ja, das ist auch halt weiterentwickelt und so alles mit denen. Die sind auch intelligenter. Also, das ist niedlich. Zumindest bei der Pocket Edition. La la la, es hat nicht geklingelt. Warte, ich muss ganz kurz die Tür aufmachen. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ich bin wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich muss zählen. So, bis hierhin. Ich helfe dir dabei. 7, 8, 9, 12, 14, 35, 47, 2, 5. 47. 40. Was ist mit 40? Hä, was willst du mit 40? 40. Mach mir an. 40. Das klingt so geil. 40. 40, 40. Nein, überhaupt nicht. Crazy oder so. Das klingt so langgezogen. 40. 40. Ja, falsch. 40. Ja, falsch. Äh, man, ich will den mal haben. Schreib mal den mal. Ja, wie schon gesagt, Creeper sind wo? Ja, das ist kein... Nein, das zählt nicht als Thema. Das lässt sich nicht gelten. Wieso denn nicht? Darum. Einfach so. Wahrscheinlich, weil ich das nur gesagt hab. Ja, genau, daran liegt's. So, das muss aber alles weg. Hast du, hast du, hast du, oder hattest du in deinem Let's Play, ähm, ein Feld? Oder sowas? Ja, hatte ich. Wirklich? Ich bin in der letzten Folge sogar nochmal hingegangen. Krass. Ja. Ähm, das ist doch nicht. So, achso, 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 vier. Ähm, zum Feld zu bauen, das ist anstrengend, anstrengend. Eins, zwei, drei, vier, oder eigentlich ja... Ach nee, hier links muss ja noch Wasser hin. Mist. Okay. Ja, okay. Ähm. Keine Ahnung, worüber du redest. Ja, naja, das ist kompliziert. Ich weiß nur, dass es um ein Feld geht. Ja, um ein Feld. Na, hier muss irgendwie Wasser hin, das ist so verwirrt grad. Was, wie, wo muss. Und was ich wie mach. Also eigentlich müsst ihr hier Holz hin und dann dort Wasser hin. So. Okay. Okay. Ähm. Wartest du dann mit dem Wasser bis zum Update? Ne, ich hab das ja schon gecheatet. Tse. Tse. Tse, tse. Und jailbreak. Ja, ja. Ja, ja, nee, wirklich. Ja, ja. Nee, wirklich. Ja, ja. Nee, wirklich. Ja, ja. Nee, wirklich. Ja, ja. Nee, jetzt, 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 nee, nee, jetzt nicht mehr. Es wird schon wieder ein Hotel. das ist das gefühl zu schnell ja mein kopf mag ich nicht sie ist ein mein kopf pocket edition mein kopf am pc ist nett aber den jahr ist ja ich habe waren hinbekommen ich hause waren es sind die sind die die verzweifeln nein nein auch gut ich hab das bild kaputt gemacht er hat dann wieder das richtige zu bekommen das war so ein komischer vorhang und dann ja jetzt sind noch ein paar ja 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 auch ein thema ja dann lass dir was in deinem gehirn ausdenken lasst dich im hirn ausdenken etwas im hirn 40 hirn hast du besitzt überhaupt so etwas was denn das ich weiß es auch nicht äh holz holz ich hab holz hast du auch holz ich hab holz äh was nein also hier für was beschuldigst du mich denn das nein 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 so ich hab holz ich hab mir noch gar keine gedanken drüber gemacht wie ich das mag denkst du von dem let's play drüber nach was du da machst was du da baust nicht wirklich nein nur manchmal wenn ich gerade weiß was ich bauen will ja ach so hier hinten das kann ja bleiben aber das muss weg oder das ist so verwirrend für mich ist es noch mehr verwirrend ich weiß überhaupt nicht worum es geht ich kann es ja noch mal probieren aber ich habe keinen bock ich muss wasser rein das steht schon mal fest wo muss wasser rein in den graben muss was ja doch wirklich ach so und das muss mit weg und das glaube ich jetzt nicht doch doch und das und das und das und das machen so da ist noch weg da ist alles weg so ähm ich setze jetzt einfach mal hier wasser hin okay mit spaß okay ja okay ist ein tolles wort ja lass mich und mein ok in ruhe okay ähm wasser 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 ist nass ja bei zimmertemperatur ähm bei 100 grad siedet es dann oder heißt das sieden ich weiß es nicht Ich hasse Chemie vor allem, Physik, aber ja, kann eigentlich beides sein. Das ist Chemie, die Aggregatzustände. Das hat mir nicht Physik. Das hat mir nicht Chemie. Für mich ist das Physik. Also, hä? Ah, ich bin ja scheiße gebaut. So, jetzt passt es. Ähm, da-da-das und das. Gah, das ist nicht... Das ist so verworren, das ist so verworren, das ist so verworren. Also, hier muss was sein. Ja, kann ja sein! So, jetzt hab ich's, ich hab's, ich hab's, ich hab's in meinem Kopf. Oho. Nein. Oh Gott. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Woher kann... Wieso kannst du zählen? Weiß ich nicht. Das hab ich irgendwann mal gelernt. Irgendwo. Oh, cool. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaub, ich hab die Felder zu kurz gemacht, aber die können doch eigentlich 8 lang werden. Probier's doch einfach aus! Nein, das geht schon. Ach, ist jetzt egal. Ich lass das jetzt so. Am Ende hast du alles falsch gemacht? Ja. Dann probier's doch lieber aus. Dann... Nee, dann bau ich nochmal neu. So, ich mach's hier einfach hafslappst und dann passt das schon. Also, du willst das lieber neu bauen, als einfach mal ausprobieren? Jo. Nee, das geht ja so schlecht auszuprobieren mit dem Wasser. Ja, wieso? Ähm, da muss hin. Und da muss jetzt eine Treppe hin. Ich brauch Treppe hin. Dann mach dir welche. Nein. Nimm deine Hand und schlag die... Wurden Planks zu Treppen. Das ist eigentlich ein bisschen unrealistisch. Nur ein bisschen. Ah, das schon. So, ähm, da muss das hin. Und da muss das hin. So. Ähm, jetzt muss das da hin. Und das muss da. Ne. Da. 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 Nicht 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 da. Doch da. Doch da. Doch da. Doch da. Doch da. Doch da. Wenn ich jetzt hier Wasser hinmach, was passiert dann? Dann ist da Wasser. Oh mein Gott. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Sieben, fünf, neun. Oh Gott. Nein. Doch. Das nervt. Das nervt. Äh. Da. Da. Und da. Da hinten. Da. Ganz hinten. Ja. Jetzt muss doch wieder. Nein. Gott. Nein. Doch. Wie kann Wasser nur so helfen? Das. Das macht nicht, was ich will. Das. Ne. Da weg. Da weg. Da weg. Jetzt. Jetzt. Uns funktioniert natürlich nicht. Ja. Oder ich mach eins vor. Dann vielleicht. 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 Wer weiß. Vielleicht. Jetzt ist das Wasser weg. Eins, zwei, drei. Wieder hin. Und es funktioniert immer noch nicht. Kies. Ich hab Kies dabei. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das jetzt da. Okay. Ich mach das im nächsten Netzplay weiter. Ich bin jetzt zu verrückt. Äh. Ja. Dann. 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 Bis zum 194. Netzplay. Und. Oh. Keine Ahnung. Tschüss. Ja. Bye bye. Sag einfach nochmal tschüss. Tschüss. Bye bye. Bye. Ja tschüss. Und schaut lieber Alma vorbei und so. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020